Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Oh, die Schreie der Todesfee verstummen. Sehr gut. Beeindruckend. Ich habe schon erlebt, wie die Todesfee hochstufige Charaktere völlig fertig gemacht hat. Unter uns gesagt, wir hatten mal was miteinander. Aber sie hat mich für den Mahlstrom des endlosen Wahnsinns verlassen. Okay, ich kann's verstehen. Er ist ein Traumtyp. Nein! Das Herz des Waldes ist bereits verdorben! Du Sch... Böses! Du hast mir die Magie und die beste Freundin genommen! Ich werde nie wieder Raps spielen! Hey! Ist da draußen jemand? Lass mich raus! Die dumpfe Stimme erscheint aus einem Kristall in einem Pilz zu kommen, der vor dem verdorbenen Herzen hängt.